Haha, Großvater, Großvater, du bist pleite! Was war das, du? Protztörer! Na, du hast bei steigenden Zinsen langfristige Anleihen gekauft. Weißt du nicht mal, was eine Emissionsrendite ist, du Vollidiot? Du sagst, ich spress das! Also, ich hab mir Wärmepumpenaktien gekauft und bin jetzt reicher als Gott. Du und der Ziegenpeter, ihr zwei könnt mich mal! Kackpratze! Ich bin reich! Haha, ich bin reich! Juhu! Deine Welt ist der Aktienkopf!